Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sog ihr gleich mit uns! Genau so! weiter 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 noch noch auf noch noch Jaaa! 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 Nein, nein, ich bin. Jaaa, komm. Jaaaa, komm. Ach! 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 Nein. Dann geht's, ich bin! Aaaaah! Ah! 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 I'm a schön! Ich bin ein Mensch. 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 Junge! Ziehst du ein Gesicht wie zehn saure Heringe? Was ist los mit dir? So wie ich die Sache sehe, kann es Ihnen um zwei Dinge gehen. Football oder Frauen. Naja, ne? So weiter geht, ist beides für mich gestorben. Mann. Wenn einem Seemann das Wasser bis zum Hals steht, dann lässt er den Kopf nicht hängen. Verstehst du? Damals in meiner Ausbildung zum Dexjungen war ich auf der Kolossos. Passagierschiff am feinsten, kann ich hier sagen. Bisschen so wie der Laden hier. Da rief mir die Kanne kleine Rosa vor die Augen. Friesischer Geldadel. Da war sie nicht zu fein, um mit uns einfachen Seeleuten anzubundeln. Ich sag dir, wenn mich eine zur Landratte hätte machen können, dann die. Aber dann kam uns dieser verdammte Eisberg in die Quere. Um mich herum schwammen hunderte im Eiswasser. Ich konnte mich nur auf so ein Stück Trümmerholz retten. Aber für meine Rosa war es zu spät. Digga, warte mal. Es ist nicht... Hey! Es geht nicht immer nur um Entweder-Oder. Ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Manchmal muss man den Narwal einfach beim Hauen packen. Verstehst du? Puh! Hallo! Einmal Wiener Schnitzel und halber Hummer. Alles klar. Mal schauen, ob Achich schon Schnitzel dann kriegt, ne? Na, wie läuft die Football-Karriere? Ja, geht so, ne? Deine Begeisterung ist ja auch ansteckend. Ist das eine Datinger? Na und? Weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so von dir erwartet. Wieso nicht? Ich bin jung, attraktiv und Single. Man lebt nur einmal. Machst du kein Online-Dating, oder wie? Nein, ich hab sowas gar nicht auf dem Handy. Erzähl mir nix, du Vollmaschine. Na, ehrlich nicht. Und du weißt Bescheid. Ich bin gar nicht richtig im Training. Ja, ja, mach die Knie schwach und so. Äh, nein. Aber man kann Leute ja auch anders kennenlernen. Halt so im richtigen Leben. Klar, aber nicht. Selbst meine Oma macht Online-Dating. Ich hab gelesen, dass die meisten Paare sich am Arbeitsplatz treffen. Versuchst du grad, mich analog abzuschleppen? Stimmt. Siehste, deswegen gibt's Online-Dating. Soh, das passiert. Ich hab eins von dir. Stimmt. Siehste, wie du? Siehste. Als wäre, faszinand. Ja, wie du warst? 건st du? Ich hab nicht mal eingeladen. Aber ich hab Business-Tage gefragt. Ich hab dich geschahst. Du bist? Ich hab dich ver passes. All die Zeit, ich hab dich. Die Zeit. Mann, na, ich hab' zu arbeiten. Ich hab' nicht mehr Zeit. ich weiß nicht das war. Aber hey, hör'n, don't a life pass you by where you're at. There's always time for whatever else that's important, right? Yeah, I guess you're right. I'm looking forward for the bachelor party, though. How'd you guys meet anyways? Online, man, can you believe it? 15 min. kommt das Essen? Alles klar. Perfekt. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jemand, der Mährenmund scheißt. Jemand, der Mährenmund scheißt. Hier drüben, ich bin Mährin. Was? Super. Ey, ich hab hier Kaviar, alles schon bezahlt. Ach so, das ist ja toll. Danke. Okay, Digga. Du hast es nicht anders gewollt. Hallo. Vielleicht war es nur ein Dream. Alles für mein Team. Aber Pre-Season-Hustle gibt mir gerade Energie. Bin ein Young-MVP. Vielleicht schaff ich's nach New Orleans. Vielleicht war es nur ein Dream. Erfolg fällt, das meine Eminem Show. Genug gestruggled, boys ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in nem Packers Rekord. Trotzdem Young ist MVP. Ich hab hier Kaviar. Ich hab hier Kaviar.